hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren video hier heute auf diesem kanal sofort und gleich schnell oder heute sind wir wieder am start und wer ist heute dabei? ja der herr gleich so wie bei jedem dailyshop video das bedeutet eigentlich bin ich ja der jemper ganz genau ich bin an manchen tagen da also da würde ich sagen wir gehen dann das oh gott dieser skinneute und diese neue pickel das ist krank also hätte ich die wie gesagt ich mit mir beides holen so wir kommen einmal zu the ice king ice queen was soll man zu der sagen das ist ultra brutal was hat die für augen ja und der gleich sagt ja ich möchte ja keine queen sein nö will ich auch nicht sagen er gleich hat die bbox dazu und holst es sich nicht das ist total also dieses 10 von 10 das ist ultra die sieht schon geil aus ja was gehst du ich gebe auch 10 von 10 dann auch auch 10 von 10 die ist so krass wir sehen uns dann in 5 minuten video dzy hol dir die warte mal du könntest dir dann sogar von darkbombas das ding holen die picke und das Ja ich will nur eine Picke. Die ist doch mega heftig. Die ist schon cool. Kaufst du dir die? Ich find's mal die, die sieht echt nice aus. Die sieht wirklich nice aus. Die ist heftig. Guck dir das mal an. Krass. Dann der 10 vor 10. Auch 10 vor 10, genau. Weg Raider. God, no skin, no skin, no skin. Also ganz ehrlich, hast du so einen schon mal gesehen? Ja. Auf der Map? Ehrlich? Ja, aber nur ein einziges Mal. In der ganzen Zeit, in der du gespielt hast, hast du es aber nur einmal gesehen. Und was gibst du für eine Note auf den Wreck Raider? Zwei. Ja, ich auch. Dinamo. Oh Gott, diese Billig-Wrestling-Dinger. Die sehen so scheiße aus. Ich geb dir 1 vor 10. Ja, die sieht noch, die sieht ja fast, also ich weiß gar nicht, was mir schlechter gefällt. Da der komische Schnorchelmann oder hier diese Billig-Wrestlerin. Ähm, pfff. Ja, 1 von 10. Ich find die auch ganz schrecklich. Okay. Kumpernickel. Aber dann Leute, ganz kurz ein Joke. Wie nennt man Ankanickel im Fitnessstudio? Ja, passend zur Ice-Map, ne, hat sich der Boss jetzt mal den Yeti reingenommen. Weil der ist so mit am besten getarnt. Wie viel pickst du den? Äh, Pumpernickel? 8 von 10. Ich auch. Puddlepost Tears, 0 von 10. Reaper, 10 von 10. Ganz klar. 8 von 10. Ganz klar, diese Pickles. Und Reggie-Puddle. Und Sensenmann. Das sieht bei dem ein bisschen komisch aus, ne? Ach, hey, übrigens, das ist nicht vom Ding, von John Wick. Hä, wie so John Wick? Der Sensenmann. Hast du gerade gesagt? Ja, ich sag... Na, nee, das ist die Sense. Ich mein damit nicht den John Wick. Ach so. Ich mein den Sensenmann. Ach so. Der Sensenmann, der die Menschen wegsens, der toten Bote. Das wusste natürlich keiner, Herr Gleich. Danke für eure Erklärung. Ich mein doch nicht den John Wick. Danke für die Erklärung, Herr Gleich. Echt, haben sie einen super heck. Ich hab früher, als Kind, habe ich Skelette gemalt mit Sensen. Ja. Da seht ihr, Herr Gleich. Ja, passiv. Ja, passiv. Rack, knarrrück, null. Wieso null? Der sieht geil aus. Ja, im Shop würde ich den bestimmt auch 10 von 10 gehen. Aber, Leute, dieser Skin ist, Herr Gleich ist besessen von diesem Skin. Fanatisch, ja. Weil, weißt du, Leute, ihr könnt, keine Ahnung, es könnte ein Waschburskin drin sein und der würde ihn nicht nähen. Ja, dann müsste ich es mir echt überlegen. Also, du den nicht holen würdest. Ja, also wenn ich einen Waschburskin, dann müsste ich es mir echt überlegen. Ja, das wäre schon, wenn Epic das macht, das wäre schon hart, ja. Das wäre schon echt hart. Ja. Also, was kriegst du denn? Bei wem könnte das denn noch witzig aussehen? Bei denen schon nicht. Das sieht so richtig kacke aus. Die feine Expertin. Oh, was guckst du so bös? Oh mein Gott. Oh, was guckst du bös? Ja, ja. Oh, oh. Aber dem sieht es schon beeindruckend aus, ne? Beim Weihnachtsmann. So, ich finde… Am coolsten sieht es echt aus beim Yeti. Ja. Auf jeden Fall, wie viel gibst du ihm dann? Ja, ich geb dem auch 8 von 10. Ich auch. Also wenn ich das neue Video mal hätte, dann hätte ich noch ein bisschen schüß.